Ich habe mich auf die Suche nach Schnee gemacht und nach Leuten, die den Winter lieben. Christoph Schäflis Herz blüht auf, wenn der erste Schnee fällt. Er ist Biathlon-Trainer in Engadin. Melanie Hasler ist die beste Popfahrerin der Schweiz. Dass sie mal Wintersporterin wird, das hätte sie nie gedacht. Und in Grindelwald habe ich den Schlittenbauer Hans Burgen getroffen. Mit einem Schlitten habe ich hier oben beim Eigengletscher endlich Schnee gefunden. Winter, meine Lieblingszeit, im Fenster zum Sonntag.